Frühlingshafte Temperaturen, viel Sonnenschein und einiges zu entdecken. Das gab es im Rahmen des diesjährigen Landforst Kirtag. Neben den traditionellen Kirtagsangeboten nutzten viele Besucherinnen und Besucher auch die Möglichkeit, den neuen Bau- und Gartenmarkt zu besuchen. Es war ein Wochenende, wie es schöner nicht sein konnte. Wolkenloser Himmel, strahlender Sonnenschein, jede Menge interessierte Besucherinnen und Besucher sowie zahlreiche supertolle Angebote. Kurz gesagt, der Lagerhaus Landforst Kirtag ging in Knittelfeld-Korenz über die Bühne. Da es solche Tage nicht immer gibt, üben sie einen besonderen Reiz aus. Aber was macht speziell den Lagerhaus Landforst Kirtag so besonders? Zum einen ist es eine traditionelle Veranstaltung, die zum 21. Mal hier auf unserem Standort stattfindet. Es ist in diesem Sinne auch eine Leistungsschau der Landforst. Wir haben ja nicht nur diesen Marktstandort hier in Knittelfeld. Wir präsentieren unseren Kunden die gesamte Palette unserer Angebote. Das fängt im agrarischen Bereich an, das geht weiter über den Reifenbereich, der Bau- und Gartenmarkt, das ist der Baustoffbereich mit dabei, auch der Lebensmittelmarkt und natürlich auch, das dürfen wir nicht vergessen, Die Landtechnik spielt eine ganz große Rolle, die natürlich auch unsere Landwirte, unsere Bauern aus der Region von weit und breit hier anloggt. Und all das macht diese Veranstaltung zu einem echten Renner. Und die Kunden kommen von nah und fern eigentlich hierher. Von Freitag bis Sonntag wurde gefeiert und das Angebot war riesengroß. Für jeden war etwas dabei, ob bei der Reifen- und Felgenausstellung, den Baustoffberatungstagen oder der Landmaschinenausstellung. Supertolle Eröffnungsangebote gab es nicht nur im neuen Landforst Sparmarkt, sondern auch im Bau- und Gartenmarkt, dem Partner für Gartenfreunde. Vor allem die große Auswahl, was wir jetzt bieten können, mit dem Gewächsaus vor allem. Und ganz besonders ist das Persönliche mit unseren sehr kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wirklich in jeder Gartenfrage Hilfestellungen anbieten. Und das ist eigentlich der Schwerpunkt im Gartenbereich in der Landforst Neue. Das Landforstlagerhaus blickt auf eine langjährige Geschichte zurück. War die Kraft am Land einst starker Partner der Landwirtschaft, so hat sich diese Verbundenheit über die letzten Jahre auf alle Anforderungen und Lebensbereiche ausgeweitet. Im großen, neu gestalteten Lagerhaus in Knittelfeld-Kobenz ist man Spezialist für alles rund um Haus, Hof und gerade passen im Frühjahr natürlich auch für den Garten. Ein großartiges Rahmenprogramm für Groß und Klein mit Hubschrauberrundflügen, einer Kleintierausstellung, einem Klauen und Kinderschminken rundete diese gelungene Mehrtagesveranstaltung ab. Und auch die Landjugend des Bezirks Murtal stellte bei einem Forstwirtschaftswettbewerb mit einer Motorsäge ihr Können unter Beweis. Die Kraft am Land mit den Abteilungen Agrar, Technikcenter, Brennstoffe, dem Baustoffkompetenzzentrum und Bau- und Gartenmarkt sowie Energie haben zum Kiertag gerufen und viele, viele sind gekommen. Denn es ist die beste Möglichkeit, sich selbst davon zu überzeugen, was das Landforstlagerhaus für das Leben so auf Lager hat. Schlagen im Frühjahr, Technikzentrum und Bau- und Gartenmarkt gesamt. Die Leitungs-Grahne sind die Leute und mit den Menü – die Quartier- und Gartenmarkt – und die Zingren tactile herbeischung. Die Leitungs-Grahne ist die Situation in der Standortin zu sein. Hier sind die Politik und diese Menschen wie vor Lager und Garten. Die Leitungs-Grahne ist das Leben so auf Lager und Garten.